Wir folgen in Richtung A61. Der Brunnen in Himmelhof war mehr als 30 Meter tief. The well in the courtyard was more than 30 meters deep. Die Gewenkstätte. Memorial. Jetzt rechts fahren. Wir gehen an die Gefangenen des Kriegs. The memorial is to commemorate the war day. Das Denkmal, das Monument. Monument. Die Nelson-Säule gehört zu den bekanntesten Denkmälern Londons. Delson's Column is one of London's best-known monuments. Die Aussicht. Der Blick. View. Unser Hotelzimmer hatte einen wunderbaren Blick auf die Küste. Our hotel room had a wonderful view of the coast. Reizvoll. Lovely. Wir übernatteten in einem reizvollen Dorf nahe der Grenze. We spent the night in a lovely village near the border. Herrlich. Wonderful. Ich habe einen herrlichen Spaziergang durch den Wald verlaufen. I took a wonderful walk to the forest. Der Ort. Die Stelle. Place. Die Stadt. Im Reisegruppe sagte man mir, Eastbourne sei ein russischer Ort. The travel agent told me, Eastbourne was a lovely place. Ist das die Stelle, an der du den Unfall anlust? Is this the place where you had the absolute? Die Stadt. Town. Bitte in 700 Meter rechts fahren. Auf die A61 in Richtung Koblenz. Die Stadt. City. Omaha ist eine ziemlich große Stadt, aber etwas langweilig. Omaha ist a fairly large city, a bit boring. Jetzt rechts fahren und danach wieder rechts fahren. Fährt dieser Bus in die Stadtmitte? Is this bus going to the city center? Jetzt rechts fahren. Downtown. Downtown area. Bitte 26 Kilometer der A61 folgen. Der Zentrum ist nachts ziemlich tot. Downtown is pretty dead at night. Das Land. Country. Would you rather live in the city or in the country? The stop. Village. I was born in a small village. The forward. Suburb. Die meisten Londoner wurden in the forward. Those Londoners live in the suburbs. This footwork. Cote. Du solltest ins chinesische Futter gehen. Das ist sehr leidenschaft. You should go to the Chinese group. It's very lively. The stop line. Out of town. In welchem Stadt werden most? What part of town do you want? Die Portion. Crossroad. The crossroad was blocked because of heavy traffic. Alle Kreuzungen zwischen hier und der zweiten Straße sind abgesperrt. All the intersections between here and second street are blocked. Der Platz. Square. Die Demonstranten versammelten sich auf dem kleinen Platz. The demonstrators rallied in the small square. Die Straße. Street. We strolled through the narrow streets of the old town. Die Straße. Die Landstraße. Road. Die alte Straße entlang der Küste ist gefährlich. The old road along the coast is dangerous. Auf der Landstraße nach Litschfield wandte ein LKW. There is a truck on fire on the road to Litschfield. Die Autobahn. Motorway. Interstate. Gibt es eine Autobahn zwischen Dover und Canterbury? Is there a motorway connecting Dover and Canterbury? Ritchie fuhr auf der Autobahn nach San Francisco. Ritchie drove along the interstate toward San Francisco. Die Autobahn ausfahrt. Exit. Motorway exit. Exit. Freeway exit. Nehmen Sie die nächste Autobahnausfahrt nach Nantwich. Take the next exit for Nantwich. Gleich neben der Autobahnausfahrt ist ein Baumarkt. There is a DIY right next to the freeway exit. Der Parkplatz. Die Parklücke. Parking space. Graeme hat 20 Minuten gebraucht, um einen Parkplatz zu finden. It took Graeme 20 minutes to find a parking space. Der Parkplatz. The Parkplatz is closed between 10 p.m. and 6 a.m. Alle Parkplätze sind deutlich ausgeschildert. All the parking lots are clearly side posted. Das Parkhaus. The multi-story car park. Parking garage. The multi-story car park was closed due to an accident. The parking garage is open 24-7. The parking garage is open 24-7. The parking garage is open 24-7. Die Brücke, auf der sie stehen, wurde von den Römern erwornt. Der Park. Am frühen Morgen sieht man in den Parks viele Jogger. Der Friedhof. Wenn Ted in Boston ist, möchte er einen der Friedhöfe besuchen. Der Stadtplan, die Landkarte. Ich zeige dir auf diesem Stadtplan, wo wir jetzt sind. Das Fremdenverkehrsamt, die Touristeninformation. Gibt es hier in der Gegend eine Touristeninformation? Die Wegbeschreibung. Directions. Jemand hatte mir eine falsche Wegbeschreibung zum Hotel gegeben. Somebody had given me the wrong directions to the hotel. Das Gebiet. Die Gegend. Area. Es gibt viele Schlangen in diesem Gebiet. There are lots of snakes in this area. Zentral. Central. Unser Hotel in Edinburgh war sehr zentral gelegt. Our hotel in Edinburgh was very central. Städtisch. Urban. Die Bar lag weit von jeder städtischen Ansiedlung entfernt. The Bar was miles away from any kind of urban settlement. Ländlich. Nur. Rory ist in einer abgelegenen und ländlichen Gegend aufgewachsen. Rory grew up in a remote and rural area. Örtlich. Lokal. Orts. Local. Wir sollten den Zwischenfall den wörtlichen Bürger bemerken. We should notify the local authorities about the incident. Es ist jetzt 5 Uhr Ortszeit in New York. It's now 5 o'clock local time in New York. Der Stadtrand. Outskirts. Unser Hotel lag am Stadtrand von Glasgow. Our hotel was on the outskirts of Glasgow. Die Umgebung. Surroundings. Das Filienhaus lag in einer sehr angenehmen Umgebung. The Holiday Home was in very pleasant surroundings. Vorkommen. To be found. Kommen diese Tiere in Tasmanien noch vor? Can these animals still be found in Tasmania? Die Allee. Avenue. We went down a beautiful avenue in an open carriage. Der Spielplatz. Playground. Es wurde langsam Zeit, dass sie den Spielplatz erneuert haben. It was about time they renovated the playground. Die Fußgängerzone. Pedestrian Precinct. Pedestrian Zone. Several streets have been turned into pedestrian precincts. A new shoe store opened in the pedestrian zone. Michelle bought some shoes in the arcade. Michelle bought some shoes in the arcade. Public transportation. Means of public transportation. Sie wohnen in einer Gegend ohne öffentliche Verkehrsmittel. They live in an area without any means of public transport. Der Fahrgast. Der Passagier. Die Passagierin. Passenger. Der Fahrer und zehn Fahrgäste wurden bei dem Unfall verletzt. The driver and ten passengers were hurt in the accident. Die U-Bahn. Underground. Subway. Die Londoner U-Bahn ist das älteste unterirdische Schienennetz. The London Underground is the oldest Underground Railway System. Die New Yorker U-Bahn hat über 450 Personenbahnhöfe. The New York City subway has over 450 passenger stations. The S-Bahn. Suburban train. Mit der S-Bahn zu fahren ist viel billiger als mit dem Auto. Going by Suburban train is much cheaper than going by car. Der Bus. Bus. Die Sehenswürdigkeiten lernt man am besten mit dem Bus kennen. The best way to see the sights is to take the bus. Die Straßenbahn. Tram. Streetcar. Straßenbahnen sind die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Trams are the most environmentally friendly means of transport. Mehrere Städte der USA planen wieder Straßenbahnen einzufügen. Several US cities are planning to bring back streetcars. Die Bushaltestelle. Die Haltestelle. Stop. Bus stop. Steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus. Get off at the next door. Die Fahrkarte. Ticket. Die Strafe für das Fahren ohne Fahrschein beträgt 40 Dollar. The fight for traveling without a ticket is 40 dollars. Die Zeitkarte. Season ticket. Mit einer Zeitkarte darf man zu jeder Tageszeit fahren. A season ticket will allow you to travel at any time of day. Umsteigen. To change trains. Man muss an der Tottenham Court Road umsteigen. You have to change trains at Tottenham Court Road. Die Verspätung. Die Verzögerung. Delay. Auf dem Flughafen gab es viele Verspätungen. Wegen Mädels. Demnächst an der Ausfahrt. Sparnheim rechts abfahren. Sich verspäten. To be late. Wenn ich nicht sofort gehe, werde ich mich verspäten. If I don't leave right now, I'll be late. Warten auf. To wait for. Wie lange warten Sie schon auf dem Bus? How long have you been waiting for the bus? Die Hauptverkehrszeit. Russia. Lasst uns vor der Hauptverkehrszeit die Innenstadt verlassen. Let's get out of the city. Bitte in 1000 Metern an der Ausfahrt. Bornheim rechts abfahren in Richtung Bornheim. Court Authority ist der verkehrsreichste Busbahnhof der USA. Court Authority is the busiest bus station in the US. Die Linie. Line. Nimm die. Jetzt rechts abfahren und danach links fahren. Take the green line and change at Roosevelt Station. Der Fahrkartenautomat. Ticket Machine. Fahrkartenautomaten befinden sich gleich neben dem Eingang. Ticket Machines are situated right next to the entrance. Entwerten. Cancel. Jetzt links fahren. Schein entwerten. Where do I have to cancel my ticket? Die Endstation. Terminus. Ist Wilshire Western noch die aktuelle Endstation der roten Linie? Is Wilshire Western still the current Terminus of the road line? Der Bahnhof. Station. Die meisten Züge vom Festplatz kommen am Bahnhof St. Pancras. Those trains from the continent arrive at St. Pancras Station. Der Bahnhof. Road Station. This to be a railway station. Not am Bahnhof. Big mid station. Look. The train arrived at its length. The train arrived at its length. Alright. Die erste Eisenbahn wurde in England gebaut. Wells first rebuilt. Wurden mit der Ticket. Goods were sent on the railway. Schnell zu. Expo. Unfest ring, brav. Why didn't you travel to Ex-Prestra? Hey. Und wie wird einem Räck gestoßen? In here's a look. Ford. Hey. Stüge den Vorabzug. Stewart takes the commin every morning. Club. Take. Man kann die Ankunftszeiten geniehen. Arrival time is on the timetable. Die Abfahrt der Abflug. Archer. Vor der Bahn. After the state. Diesen Tor können sie alle abnehmen. You can see on this mob die Ankunft. Arrival. Dass manche verhaft geben. Fahrer will be so nicht. Bitte in 700 Metern links abbiegen in die Bahnhofstraße. Das letzte ist Dave mit dem Zug nach London. Detail a train last time. Verpassen. Versommen. Sein Flugzeug verkehrte. Es gibt keinen Grund am Fahrkartenschalter Schlange zu stehen. There's no need to cure at the ticket office. Die Auskunft. Information desk. Wenn Sie Informationen brauchen, fragen Sie bitte an der Auskunft. Jetzt links abbiegen. Please ask at the information desk. Der Anschluss. Die Verbindung. Connection. Gibt es eine direkte Verbindung zwischen Nottingham und Derby? Is there a direct connection between Nottingham and Derby? Die Verbindung. Service. Die Verbindung nach Levis ist sonntags nicht in Betrieb. The service to Lewis does not operate on Sundays. Die Rückfahrkarte. Return ticket. Roundtrip ticket. Möchten Sie eine einfache oder eine Rückfahrkarte? Do you want a single or a return ticket? Eine Rückfahrkarte nach Philadelphia, bitte. A roundtrip ticket to Philadelphia, please. Durchgehend. Direct. Sonja nahm den durchgehenden Zug von Hamburg nach München. Sonja took the direct train from Hamburg to Munich. Das Abteil. Compartment. Alle in meinem Abteil telefonierten gleichzeitig. Everybody in my compartment was on the phone at the same time. Der Schaffner. Die Schaffnerin. Conductor. Ich hatte eine Frage, aber der Schaffner war nirgendwo in Sicht. I had a question, but the conductor was nowhere inside. In 400 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. Aber ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz. Excuse me, but I think you're sitting in my seat. Der Bahnsteig. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Straßenseite. There was a dead raccoon on the tracks. Die Schiene. Rail. Reisende dürfen die Schienen nicht überqueren. Passengers must not cross the rails. Der Speisewagen. Wir gehen in den Speisewagen. Manchmal esse ich im Speisewagen, wenn ich den Zug nehme. Der Schlachtwagen. Der Schlachtwagen. Nachdenken. arlene.